ja das ist der straßenunterhaltungsdienst ich jetzt erschreckt das schallpflanzt sich wie die leitplanke fort der straßenunterhaltungsdienst und ich werde auch nie vergessen ich meine ich stecke ja voller anekdoten wie ich einmal als halbrenner taxi fahren 1985 da habe ich mal schwarze afrikaner schwarze amerikaner gefahren also schwarze usgi ist von kaserne zu kaserne und da stand mal der da stand mal ein das weiß ich jetzt im auto der nach dem schießgesellschaft oder irgendwas auf dem stand funkwagen und die haben sich nicht mehr eingekriegt funkwagen yeah 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 funkwagen das war nur einmal im straßenunterhaltungsdienst